Hallo Schatz. Was ist kaputt? Unsere Waschmaschine kaputt. Ja und? Wir müssen neue kaufen. Schatzi, bist du überhaupt sauber im Kopf? Hast du noch alle Tassen im Schrank? In dieser Zeit wirst du neue Waschmaschine kaufen? Weißt du wie viele Leute, wie viele Bürgergelder auf unsere Geld warten? Weißt du das überhaupt? Tausende Schatz. Wir müssen denen alles zahlen. Wohnung, Essen, Trinken, Strom, Gas, Auto, Benzin, alles. Handy müssen wir zahlen. Zigaretten. Und du willst neue Waschmaschine kaufen. Und dann noch Zielinski kann jeden Tag kommen, nur paar Milliarden brauchen. Aber du bist Tschechkatastrophe, Schatz. Toilettenpapier auch brauchen. Das auch nichts mehr kaufen. Toilettenpapier nichts mehr kaufen. Mit dieser Büste, wenn Toilettenpusten auch ein bisschen Arsch rüberfahren und gut ist. Am Anfang bisschen weh tun, Schatz. Aber nachher gewöhnen, gar nichts mehr spielen. Nichts mehr kaufen, Schatz. Wir müssen sparen. Wir müssen gute Menschen sein.